Was geht ab, euer Marco hier wieder im Stüssel, wir haben heute was vor, Matze und ich, wir werden Matze nicht kennen, das ist mein Stiefbruder, wir haben heute was vor, wir machen heute so ein Auto sauber, weil wir, also er und ich, neues Auto gefunden haben für den, ein Audi A4 Avant, Kofferraum riesig, Stoßstande vorne, eine Macke, hin, äh, an der Seite ist einer reingefahren, die, äh, Frau, ich glaube das war eine Frau, ist rausgefahren, ähm, von den, äh, TÜVprüfer oder, ich glaube TÜVprüfer und ist rausgefahren und dann ist einer von vorne oder von der Seite reingefahren und dann hat die das Auto abgegeben. Das Auto hat TÜV bis nächstes Jahr, nee, zwei Jahre, zwei Jahre als TÜV, also bis 26 und das holen wir heute ab. Ich glaube, zuerst werden wir das Auto sauber machen, seinen alten Seat, Aroso, ich glaube Aroso, sauber machen, dann nach Frankfurt, Auto holen, Kennzeichen drauf, mit dem neuen Auto wieder zurückbrettern. Ja, das ist heute der Plan. Aber ich werde euch auf jeden Fall später nochmal, ich glaube ein paar Bilder hinzufügen oder ein Video machen von dem Auto, auf jeden Fall, wie wir es abholen, okay? Alles klar, wir sehen uns später, bis dann, bis später, ciao. Jo, liebe Leute, was geht ab, euer Marc wieder in den Stüssel. Ähm, ich habe vorhin nicht gefilmt, äh, wir haben das Auto hier sauber gemacht, hier ein bisschen sauber, dann hier hinten sauber gemacht, als in den Müll gemacht, hier ganze Abladen sauber gemacht, hier Sitze sauber gemacht und so. Tja, ähm, jetzt stehe ich gerade, also ich und Matze, Matze ist gerade beim Arzt, dass ich, entweder holt sich ein Rezept und so, und lasse ich durchchecken, ähm, und dann fahren wir nach Frankfurt, holen sein neues Auto ab, Audi, A4, Avant, oder Tratto, eins von beiden, ich glaube Avant. Äh, und dann fahren wir mit dem Auto, mit dem neuen, nach Hause wieder, und das Ziel, das bleibt da. Ja, also, wenn, wenn der das annimmt und abgeverkauft wird, 350 oder mehr oder weniger, keine Ahnung, und dann fahren wir mit dem Audi wieder nach Hause. Ja, das ist der Ding, äh, neuesten Stand, äh, später Film, weiß ich nicht, ob ich das mache, es pisst wie Sau, Alter, es hackt mich ab. Ähm, ja, keine Ahnung, wir sehen uns auf jeden Fall später, hoffe ich, oder morgen, keine Ahnung, oder ich mach ein paar Bilder und schneid die dann rein. Ja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, oder bis später, ciao.